Der Exorzismus ist aktueller denn je. Die Bibel ist voller Dämonen. Wer an Gott glaubt, muss auch an den Teufel glauben. Wir suchen die Suiza-Farm. Drehen Sie um. Und dann fahren Sie dorthin zurück, wo Sie hergekommen sind. Ha, los! Schnell! Scheint das Ende der Straße zu sein. Herr Suiza, guten Tag, ich bin Cotton Marcus. Meine Frau ist vor zwei Jahren gestorben. Das war ein ziemlicher Schock für Nell. Habt ihr euch gut verstanden? Ja, sie war meine beste Freundin. Irgendwie hat der Teufel von ihr Besitz ergriffen. Nell, kannst du mich hören? Ja. Gut, du brauchst keine Angst zu haben. Was ist das? Es kommt durch meine Haut, bitte helfen Sie mir! Und sie saß mit raus! Jetzt musst du ihn kommen lassen. Nell! Wo ist Nell? Im Feuer. Oh, meets meets... Nell? Oh mein Gott. Machen Sie das Licht aus. Verschwinden wir von hier. Wenn Sie die Seele meiner Tochter nicht retten... ...mach ich's. Weiche Satan von diesem Mädchen. Weiche von ihr und diesem Ort und kehre nicht wieder. Im Namen Jesu Christi befehle ich dir. Weiche von diesem Mädchen. Oh Gott! 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 Oh Gott!